Boom, Junge! Wir werden dich besiegen! Zurück! Verstanden! Zack! Ich habe ein freies Schutzball! Wer blockt? Ich muss mich nur konzentrieren! Kiste! Hey! Was haben wir gefunden? Die haben sich richtig viel Mühe gegeben mit dem Spiel. Jetzt sieht man auch die Welten... Scheiße, ich bin zu früh abgesprochen. Jetzt sieht man noch die Welten zwischen Berfon 2 und Star Wars Jedi 4 and Order. Einfach... Äh? 4 and Order ist wie so ein komplettes, gut durchdachtes Singleplayer-Spiel. Da wirkt Berfon 2 Kampagnen nicht mehr so toll, ne? Ich hab was gefunden! Was wissen Sie? Nichts von Cordova. Ich glaube, die wissen nicht, dass er hier war. Dann sind wir im Vorteil. Nein! Mal hier hin. Okay, da ist nichts mehr. Boah, weicht aus! Das ist interessant. Wir sind hier richtig. Okay. Das war schon mal gut, dass er sagt, wir sind hier richtig. Warte, wo kommen wir hier noch lang? Ja. Das ist auch noch irgendwas. Was ist mit diesem Stein hier? So, wieder eine Abkürzung. Nein! Von uns ist ein Sturm. Er hat die Ausrüstung des Imperiums lang belegt. Etwas... Erstmal speichern wieder. Doch, Finn. Nicht nur der Sturm. Geh dem nach. Lass die Macht deine Instinkt zu schaffen. Na gut. Gib mein Bestes. Okay. Okay. Komm, weg! Da ist mich durch. Weg! Da ist noch so ein Denken. Sind die Verbunden? Hey, BD1 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 So, was machen wir jetzt? Jetzt noch runter Okay, sehr schön, dann geht's ja noch hier lang Das Bild stoppt immer Okay Du musst nach rechts Ist das hier richtig, wo ich bin? Also sagt mir ruhig, wenn das Bild stoppt, dann muss ich Eine Qualitätsstufe Drunter stream So, und jetzt Was machen wir jetzt? Was Machen wir jetzt So, was jetzt? Boah, ich hab keinen Plan, was jetzt hier abgeht, ne? Wieder zurück, oder was? Und dann von hier Nach da, nach da Versuche das Auge des Sturms Von hier aus kam ich doch Ist doch eigentlich richtig, wo ich lang gelaufen bin Ich war schon da, ich war schon da So Du musst da drauf gehen Die drei weißen Lichter sind Die drei Weißen Lichter Zack Zack Super Dankeschön Dankeschön Oxication Zwischen Musik Und ich bin Kroger Das ist Drehom Schöpfung Kroger Danke, Mann. Vielen lieben Dank. Echt korrekt von dir. So, wie weit geht es denn hier noch lang? Okay, einfach jetzt. Ich muss die Kugel irgendwie... ...unterbefördern, oder? Nee, man kann da lang, okay. Was ist das denn? Oh mein Gott, was... Oh mein Gott. Ah nein, nein, nein. Geh weg, geh weg. Oh mein Gott. Explodier doch. Ja, jetzt auf einmal nicht mehr. Was ist das? Was ist hier los? Ah! Die Dinger nerven. Hart. What, what, what? Oh, was machen Sachen? Hier hoch. Dann hier runter. Dann hier wahrscheinlich langlaufen. Und dann hier hin. Runter. Sliden. So, jetzt müsste eine Aufgabe kommen, ne? Rätsel. So. Erstmal kurz gucken, was hier abgeht. Hier mal schön Fähigkeitspunkte halten. Abkürzung. Was ist das Rot? Und... Okay, warte. Ah ja. Was, ich hab... Ich hab doch eh gedrückt, Mensch. Was passiert jetzt damit? Ich muss da drauf, oder? Scheint mir so. Nachteile. Oder auch nicht. Wozu gibt's das denn? Was soll das bewerten? Ah, hier drauf. Ja, moin. Warte doch ein bisschen. So, warte. Ein Momentos. So. Okay, sehr schön. Geht doch. Das kann ich hier speichern. Schon wieder eine Abkürzung. Kann ich meinen Fähig... Ich geb jetzt meinen Fähigkeitspunkt hier aus. Ich muss mal gucken, wie das jetzt hier ist. So. Ich muss mal gucken, wie das hier ist. So, also... Spunghieb. Kelk kann nach einem Überkopffieb einen weiteren Mächtenangriff ausführen. Kostet 2. Ausweichender Tritt. Habe ich gar keinen Bock auf Y. Aber den hole ich mir. Das sieht doch gut aus. So, dann haben wir noch ausweichender Tritt. Mache ich jetzt einfach mal auch. Weil ich möchte gerne ein Dings fertig haben dann. Fehlt noch einer. Das hier und dann geht es hier weiter. Länger verlangsamen. Das war auch nicht schlecht. Das ist auch nicht gut. Achso, ich wollte speichern. Magendin. Komm, speicher bitte. Na egal, ich mache jetzt mal weiter. Aber hier kann er niemals hoch, oder nicht? Ähm. Ähm, ja. Okay. Warte. Ey, ich kann das kaputt machen. Und jetzt? Was ist das denn da? Okay, ich... Okay. Und das hier geht nicht. Okay, aber was ist jetzt damit? Puh. Na gut. Was ist hier oben? Hier oben geht es auch noch lang. Da komme ich aber erst mal nicht hoch. Also, wir gehen erst mal runter. Machen. So. Oh. Okay. Okay. Warte, nicht... Nicht runtersliden. Beziehungsweise noch nicht runtersliden. Ey. Wieso greift er das nicht? Greif bitte danach. Danke. Hallo? Nein, 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 nein. Jetzt ist er zu früh abgesprungen. Die Ladezeiten sind aber wirklich bombastisch. Schön kurz. So, jetzt geht's doch. Entschuldig. Ähm. Ähm. Wie mache ich das denn jetzt? Wind verlangsamen. Verlangsame den Wind. Ja, jetzt gute Frage. Was jetzt? Was? Jetzt. Wind ist eine Truhe. Aha. Ah, so einfach. Ähm, ja, okay, 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 der Wind. Oh, jetzt der Wind auf einmal. Oh, Alter, okay. Oh mein Gott, wirklich drauf achten. Oh mein Gott, das war so nicht geplant, aber geschafft. Speichern. Ich habe so oft gespeichert, aber ich zock das Spiel immer noch. Seit wie vielen Stunden? Ey, das Ding ist wieder... Ach ja, ist da wieder gespawnt. Oh. Explodiert doch einfach. Oh, geil. Sehr schön. Oh nein, oh nein. Verbeug dich. Verbeug dich. So, hier geht es gleich hoch. Ich will aber mal gucken, was da ist. Geht irgendwie nicht. Okay, dann halt hoch. Hm, okay. So, schon mal nicht. Also, ich muss da auf jeden Fall irgendwie dahin. Geht, geht. So, durchquetschen. Ich verstehe das nicht. Wie kann ich jetzt die Abkürzung hier machen? Hm, das wäre ja nichts. Wie geht's dir, Berenz? Gut. 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 Au. Es tut weh. Au. Alter. Hä? Konzentration. Die, die wollen keine Aggression. Wir stellen uns gegen sie. Die Macht, sie ist unser Schild. Die Hindernisse auf deinem Pfad definieren den Pfad. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg werden. Gut. Versuch's erneut. Was im Weg steht, wird selbst zum Weg. Mein Freund, zieh dir die Details auf diese Rände an. Die unverwechselbaren Streifen. Das kann doch nur ein Roshia-Baum von Kashyyyk sein. Zeit für einen Besuch bei einem alten Freund. Wenn die Zefu Kontakt mit Kashyyyk hat, stehen die Chancen gut, dass Häuptling Tafu darüber Bescheid weiß. Okay. Äh. Hey, BD1. Tja, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt könnte ich aber hier lang, ne? Oh ja. Warte. Oh. Siehst du eigentlich, ja. Wir speichern erstmal, ne? Warte, ist es zu löst. Nein. Verlassener Content. Wow. Kletter, bitte. Was ist das für ein Sprung? Das. Das, äh. Meine Freunde war zu schwach. Hey, BD1. Geht doch. So. Hä? Warte mal. Was zum... Gehen wir, BD1. Schafft er das da nicht oder muss ich woanders hin? Alles okay, BD1? Hey, Bro. So klettert der... Was ist jetzt? Ich verstehe das manchmal nicht. Manchmal klärt er einfach nicht. Manchmal läuft er nicht mehr. Guck mal. Ich weiß schon, was das nächste Update sein wird. BD1? Wollte nur wissen, ob du da bist. Was machen wir jetzt da? Muss doch da hinten hin, oder nicht? Mal gucken, ob das hier geht. Wo? Okay. Scheint zu funktionieren, anscheinend. Aber er hält sich da nicht fest. Muss ich vielleicht gleich rüber? Das kann auch sein. Dass ich gleich da rüber muss. Ist das okay, BD1? Halt mich. Ich gucke mal. Jetzt zu langsam. Ich glaube, das könnte er schaffen. Jetzt. Ne. Also doch irgendwo an der Wand festhalten. Geht doch. So. ECHO? Die Zerstörung erfolgte mit Absicht. Ich spüre noch den Hass, der dabei topte. Wollen wir jetzt runter einfach nur, oder was? Nur wegen einem Echo jetzt, ja? Anscheinend. Oder kann ich hier lang? Also quasi wegen einem Echo jetzt so viel Drama. Dann kann ich gleich hier runter. So, dann kann ich aber das hier natürlich hier hinschleudern, ne? Was geht's hier los? Das ist eine dramatische Musik jetzt hier. Oh mein Gott! Was ist das denn? Was ist das denn? Schnell! Roll, 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 roll. Der kommt gleich. Roll hoch da. Oh mein Gott!